Akt 1, Szene 1 Wir sind auf der Polizeiwache. Polizisten kommen und gehen. Ein Mann sitzt auf einer Bank. Er ist 45 Jahre alt. Er ist aufgeregt. Er trägt einen grünen Anzug, ein Hemd und eine gestreifte Krawatte. Kommissar Gandolf öffnet die Tür von seinem Büro. Der Mann steht auf. Herr Kommissar, mein Sohn ist verschwunden. Na sowas. Aber kommen Sie doch rein. Setzen Sie sich. Er setzt sich hinter seinen Schreibtisch. Der Mann setzt sich ihm gegenüber. Also erzählen Sie mal. Ja, mein Sohn ist nicht nach Hause gekommen. Und er ist heute Morgen nicht in die Schule gegangen. Wo kann er bloß sein? Beruhigen Sie sich. Wie alt ist Ihr Sohn? Er ist 15 Jahre alt. Na gut. Kommissar Gandolf, nehmt ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber. Ihr Name, bitte. Schneider. Hans Schneider. Wo wohnen Sie? Hier in Frankfurt mit meiner Familie. Ihre Adresse? Clemensstraße 3. Sie arbeiten auch in Frankfurt? Ja, ich bin Ingenieur. Gut. Erzählen Sie mir ein bisschen von Ihrem Sohn. Also, heute Morgen, Erich. Erich ist der Vorname von meinem Sohn. Erich ist wie immer zur Schule gegangen. Aber jetzt ist es 6 Uhr abends und er ist immer noch nicht zurück. Normalerweise kommt er freitags um 4 zurück. Ich habe einen Schulkameraden von Erich angerufen. Er hat mir gesagt, dass mein Sohn nicht in der Schule gewesen ist. Und auch ein anderer Schulkamerad ruft mich an. Er fragt mich, ob Erich krank ist. Ich frage, warum? Er sagt mir, dass Erich nicht in der Schule war. Aber ich mache mir Sorgen, Herr Kommissar. Beruhigen Sie sich, Herr Schneider. Er ist ausgerissen. Mit 15 Jahren kommt so etwas vor. Nein, er ist nicht ausgerissen. Warum sagen Sie das? Naja, also, ich bin Ingenieur. Ich arbeite an einem geheimen Projekt. Eine ganz ungewöhnliche Maschine. Ja, revolutionär. Jemand will mein Geheimnis. Mann hat Erich entführt, um mich zum Sprechen zu bringen. Es klopft an der Tür. Kommissar Gandolf hebt den Kopf. Ja, herein. Ein Polizeibeamter kommt herein. Entschuldigung, Kommissar. Frau Schneider ist da. Kann sie eintreten? Natürlich. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Schneider. Ich bin sicher, dass es Erich gut geht. Er steht auf, um Frau Schneider zu begrüßen. Akt 1, Szene 2 Frau Schneider tritt in das Büro ein. Gandolf sitzt wieder hinter seinem Schreibtisch. Also, erzählen Sie mir von Erich. Wie sieht er aus? Naja, er ist groß. 1,75 Meter. Er hat blonde Locken und braune Augen. Trägt er eine Brille? Ja, aber nur zum Lesen und Fernsehen. Haben Sie ein Foto? Ja, warten Sie. Ich habe ein Passfoto von ihm. Sie sucht nervös in ihrer Tasche. Dann gibt sie dem Kommissar das Foto. Da, sehen Sie. Das ist Erich. Ist das ein neues Foto? Ja, ziemlich neu. Jetzt hat Erich lange Haare bis auf die Schultern. Diese langen Haare. Ich habe ihm hundertmal gesagt, er soll zum Friseur gehen. Aber er hört ja nicht auf mich. Was hatte Erich heute Morgen an? Eine alte zerrissene Jeans, wie es jetzt Mode ist. Und einen sehr weiten roten Pullover. Wieder diese zerrissene Jeans und der alte Pullover. Hat Erich eine Freundin? Eine Freundin? Aber das ist doch lächerlich. Er ist doch noch ein Kind. Er ist erst 15 Jahre alt. Frau Schneider schaut ihren Mann an. Dann Kommissar Gandolf. Sie zögert, bevor sie spricht. Es ist ihr peinlich. Herr Schneider, ich rate Ihnen, nach Hause zu gehen. Erich könnte anrufen. Kommissar Gandolf steht auf, um Herrn Schneider zu verabschieden. Sicher, Sie haben recht. Bis gleich, Schatz. Ich bitte Sie, Herr Kommissar, suchen Sie meinen Sohn. Herr Schneider geht raus. Akt 1, Szene 3 Kommissar Gandolf setzt sich wieder. Also, Erich hat eine Freundin. Naja, ja, ich glaube. Letzte Woche habe ich einen Brief gefunden. Haben Sie ihn gelesen? Ja, ich bin neugierig. Ich konnte nicht anders. Der Brief ist von einer gewissen Annegret. Hat Erich von ihr erzählt? Nein, und er weiß auch nicht, dass ich den Brief gelesen habe. Verstehen Sie? Ja, natürlich, verstehe ich das. Wissen Sie, ob Annegret in Frankfurt lebt? Nein, ich glaube nicht. Sie sagt, dass sie Erich sehen will, dass er ihr fehlt, dass sie ihn liebt. Hat Erich heute Morgen seine Schulbücher eingepackt? Ja, wie jeden Morgen. Also. Kommissar Gandolf steht auf. Gehen Sie nach Hause. Schauen Sie nach, ob Erich Kleider mitgenommen hat. Vielleicht wollte er Annegret besuchen. Ich behalte dieses Foto. Und später komme ich zu Ihnen, um Spuren zu suchen. Einverstanden? Frau Schneider steht auf. Kommissar Gandolf begleitet Sie zur Tür. Machen Sie sich vor allem keine Sorgen. Wir werden Erich bald wiederfinden. Bis gleich. Akt 2, Szene 1 Herr Schneider ist in Erichs Zimmer. Es ist ein typisches Jugendzimmer. Ein Bett, ein Fußball auf dem Boden, ein unordentlicher Schreibtisch, Bücher in einem Bücherregal. An der Wand hängen Poster von Rennfahrern und Rockmusikern. Herr Schneider hat einen Zettel in der Hand. Er ist sehr aufgeregt. Als seine Frau kommt, läuft er zu ihr hin. Endlich bist du da. Guck mal da. Sie haben Erich entführt. Was? Was sagst du denn da? Guck hier, lies das. Er reicht ihr den Zettel. Frau Schneider hat Schwierigkeiten beim Lesen. Sie versucht, die einzelnen Wörter zu entziffern. Kind, retten, das Leben. Aber wo hast du denn diesen Zettel gefunden? Man kann nicht alles lesen. Die Schrift ist verwischt. Ich habe den draußen gefunden. Vor der Haustür. Was? Vor der Haustür? Ja, vor der Haustür. Auf dem Boden. Ganz nass. Der Regen hat die Wörter verwischt. Aber ich bin sicher, das ist eine Lösegeldforderung. Aber das muss gar nichts heißen. Man kann doch nur einige Wörter lesen. Aber denk doch mal nach. Kind. Wir haben Ihr Kind. Es fehlt die Summe. Die ist ausgewischt. Aber das ist eine Lösegeldforderung. Und guck da. Retten Sie das Leben. Ganz klar. Das ist eine Drohung. Wir müssen zahlen, um Erichs Leben zu retten. Ich fahre wieder zum Kommissariat. Er geht zur Tür, aber seine Frau hält ihn zurück. Nein, das hat keinen Zweck. Kommissar Gandolf kommt gleich. Aber ich kann nicht länger warten. Erich ist in Gefahr. Komm, wir gehen in sein Zimmer. Vielleicht finden wir ja doch Spuren. Und beruhige dich. Sonst werde ich auch noch verrückt. Akt 2, Szene 2 Schneiders sind in Erichs Zimmer. Was für eine Unordnung. Herr Schneider nimmt einige Blätter Papier vom Schreibtisch. Er macht die Schublade auf. Mangelhaft? Das ist eine Mathearbeit. Er hat eine 5 in Mathe und hat mir nichts gesagt. Hans, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir müssen jetzt Spuren finden. Guck, da ist sein Stundenplan. Freitags hat er Französisch, Englisch und Geografie. Sind seine Bücher da? Französisch, Geschichte, Naturwissenschaften, Geografie. Herr Schneider fährt mit dem Finger über die Bücher. Es fehlt das Englisch und das Mathebuch. Das ist komisch. Und seine Kleider? Guck mal in den Schrank. Frau Schneider öffnet die Schranktür und guckt sich die Kleider an. Kommissar Gandolf kommt. Er ruft laut. Ist da jemand? Herr Schneider. Ach, das sind Sie ja endlich, Herr Kommissar. Kommen Sie rein. Schauen Sie, das ist ganz schrecklich. Eine Lösegeldforderung. Ich habe das vor der Haustür gefunden. Kommissar Gandolf bleibt stehen. Er nimmt das Stück Papier in die Hand. Das ist komisch. Die Schrift ist ganz verwischt. Man kann nur ein paar Wörter entziffern. Fehlt etwas aus Erichs Zimmer? Nein, es fehlt nichts. Kommen Sie und schauen Sie selbst. Kommissar Gandolf geht in Erichs Zimmer und guckt sich um. Na klar. Erich schwärmt für schnelle Autos und Rockmusik. Ja, das ist wahr. Er liest Autozeitschriften. Er schaut sich alle Formel-1-Rennen im Fernsehen an. Er sammelt auch Autogramme von den Piloten. Aber das ist doch gar nicht so wichtig. Man hat ihn entführt. Wir müssen etwas tun. Kommissar Gandolf antwortet nicht. Er schaut sich die Poster an. Eins nach dem anderen. Dann die Bücher im Regal. Er kratzt sich am Kinn. Er schaut wieder den Zettel an. Dann die Fotos. Die Bücher. Das ist ja komisch. Akt 2, Szene 3 Die Tür geht auf. Man hört die Stimme eines jungen Mädchens. Mama, Papa, seid ihr da? Ja, Pauline. Wir sind in Erichs Zimmer. Das Telefon klingelt im Flur. Pauline hebt ab. Hallo? Sehr laut. Nein, warte. Aber es ist zu spät. Pauline spricht schon. Hallo, hallo. Was? Hallo? Wer spricht denn da? Hallo, Erich? Was? Erich? Ich verstehe nichts. Verflixt. Sie legt auf. Herr Schneider und Kommissar Gandolf sind zu ihr gekommen. Also, wer war das? Erich? Erich? Ich weiß nicht. Da hat sich jemand verwählt. Ich habe nichts verstanden. Sie sieht Kommissar Gandolf. Ich habe Lärm gehört. Viel Lärm. Aber was ist denn los? Hast du Erichs Stimme wiedererkannt? Erichs Stimme? Ich weiß nicht. Herr Schneider dreht sich zu Kommissar Gandolf um. Machen Sie doch etwas. Wir müssen handeln. Die Lösegeldforderung. Und jetzt dieser Anruf. Aber was machen Sie denn da? Er ist sehr aufgeregt. Kommissar Gandolf scheint abwesend zu sein. Er nimmt eine Zeitung, die auf dem Tisch neben dem Telefon liegt, und blättert sie durch. Herr Schneider wird wütend. Was denn? Sie lesen Zeitung? Mein Sohn ist in Gefahr. Man hat ihn entführt. Er ist in Lebensgefahr. Und Sie lesen Zeitung? Machen Sie Ihre Arbeit und suchen Sie ihn. Kommissar Gandolf hebt den Kopf. Ihn suchen? Ich habe ihn ja vielleicht schon gefunden. Aber was sagen Sie denn da? Sind Sie verrückt? Nein. Sehen Sie, die Lösung könnte da sein. Kommissar Gandolf gibt ihm die Zeitung. Lesen Sie die Schlagzeilen. Herr und Frau Schneider lesen mit lauter Stimme die Schlagzeilen. Banküberfall auf die Deutsche Bank. Formel 1, letzte Trainingsrunden vor dem großen Preis auf dem Hockenheimring. Luciano Pavarotti heute Abend in der Alten Oper. Zugstreik heute Nachmittag. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Wir haben keine Zeit. Kommen Sie. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Kommissar Gandolf verlässt die Wohnung. Herr und Frau Schneider folgen ihm. Auch Pauline geht mit. Kann mir vielleicht jemand erklären, was hier los ist? Akt 3, Szene 1. Am Bahnhof. Kommissar Gandolf geht zum Informationsschalter. Die Leute stehen Schlange. Er drängelt sich vor. Frau Schneider bleibt hinten in der Schlange und spricht mit Pauline. Herr Schneider folgt Kommissar Gandolf. Er ist nervös, ungeschickt und fällt über den Koffer. Die Leute protestieren. Kommissar Gandolf steht am Schalter und zeigt der Angestellten seinen Dienstausweis. Entschuldigung, Fräulein, aber es ist sehr dringend. Sind Züge aus Hockenheim angekommen? Aus Hockenheim? Nein. Die sind alle ausgefallen wegen Streik. Aber einer ist doch gefahren. Er kommt in 10 Minuten an. Vielen Dank, Fräulein. Auf welchem Gleis kommt der Zug an? Gleis 3. Zu den Leuten, die protestieren. Ich bitte Sie nochmals um Entschuldigung. Vielen Dank. Akt 3, Szene 2 Kommen Sie, wir gehen zum Gleis. Aber erklären Sie mir doch, warum glauben Sie, dass Erich in Hockenheim war? Vielleicht wollte er die Testrunden sehen, die Formel-1-Piloten. Und wegen des Streiks konnte er nicht mehr weg. Aber das ist doch unmöglich. Und die Lösegeldforderung? Richtig, da ist der Zettel. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich eine Lösegeldforderung ist. Sie ist zu seltsam. Schauen Sie. Kommissar Gandolf zieht den Zettel aus der Tasche. Das ist eine Kinderhandschrift. Und man wirft eine Lösegeldforderung nicht auf den Boden. Das ist lächerlich. Pauline nähert sich, sieht den Zettel und lacht laut. Eine Lösegeldforderung, das? Aber das ist doch ein Zettel für eine Spende in der Schule. Wo haben Sie den denn gefunden? Auf dem Boden, vor der Haustür. Den habe ich sicherlich verloren, als ich heute Morgen aus dem Haus ging. Ich habe 50 Kopien gemacht, um sie in der Schule zu verteilen. Ein Zettel für eine Spende? Ja, um Geld für die Kinder zu sammeln, die Hunger leiden. Mit 5 Euro kann man das Leben eines Kindes retten. Es ist kaum zu glauben. Gut, jetzt bin ich aber beruhigt. Wir sind auf der richtigen Fährte. Erich ist sicherlich in Hockenheim. Aber das ist doch unglaublich. Aber nein. Erich hat an alles gedacht. Außer an den Zugstreik. Versetzen Sie sich in ihn. Heute Morgen geht er statt zur Schule zum Bahnhof. Und nimmt den Zug nach Hockenheim. Er ist sicher, dass er um 5 wieder zu Hause ist. Aber da ist der Zugstreik. Und er sitzt in Hockenheim fest. Aber warum hat er uns nicht Bescheid gesagt? Er hat angerufen. Kurz bevor der Zug abfuhr. Der Lärm am Telefon. Das war der Lärm des Zuges. Man hört den Lautsprecher. Der Zug aus Hockenheim fährt nun auf Gleis 3 ein. Kommissar Gandolf reiht Frau Schneider die Hand. Also, ich gehe jetzt. Ich habe auch einen 15-jährigen Sohn. Er ist zu Hause und wartet auf mich. Heute Abend gehe ich mit ihm zu einem Fußballspiel. Auf Wiedersehen, Frau Schneider. Auf Wiedersehen, Pauline. Du hast mir sehr geholfen. Und viel Glück für deine Spendensammlung. Er reiht Herrn Schneider die Hand. Wiedersehen, Herr Schneider. Seien Sie nicht zu streng mit Erich. Sie waren auch mal 15 Jahre alt. Man hört den Zug einfahren. Kommissar Gandolf geht weg. Kapitel 6 Vor dem Eiskaffee Venezia, am See, sitzt eine Gruppe von jungen Leuten zusammen. Urli, Sarah, Beat, Mario, Vreni und Urs. Alle sind aus Flüllen. Beat fragt Urs. Sag mal, was ist bei euch los? Heiße Sache. Bei uns im Haus sind gerade zwei Leute aus Düsseldorf und haben Streit mit meinem Vater. Warum denn? fragt Sarah. Wir müssen dieses alte Haus renovieren. Da ist fast alles kaputt, antwortet Urs. Das sieht man, sagt Mario und alle lachen. Nur nicht, Urs. Lacht nicht so blöd. Zum Renovieren braucht man Geld und das müssen wir uns leihen. Das tut doch jeder, meint Beat. Diese Leute aus Düsseldorf können euch das geben, oder? Ja, schon. Aber sie wollen nicht nur renovieren, sondern alles ausbauen, neu machen. Ist ja cool. Urli findet das sehr gut. Sie wollen einen Sport- und Freizeitpark bauen, aber Vater ist dagegen. Warum denn? Eine tolle Idee ist das, sagt Urli. Finde ich auch, sagt ein Mann und kommt zu ihnen. Kann ich mich zu euch setzen? Ich bin der Axel aus Düsseldorf. Ach, das sind sie. Aber okay, sagt Mario. Ich muss euch etwas sagen. Auch für euch ist dieses Projekt wichtig. Dann ist mehr los in diesem Dorf. Eine Keller-Disco können wir auch bauen. Und, ziemlich wichtig für euch, es gibt neue, interessante Jobs. Was sagt ihr? Er ist fertig. Mann, du hast recht, sagt Mario sofort. Urs, vielleicht können wir dir helfen. Markus kommt zu Ulrich und hat schlechte Nachrichten. Grüezi, Markus. Willst du heute noch einmal mit der Armbrust üben? Danke. Später. Kann ich dich allein sprechen? Sicher. Gehen wir nach hinten. Ulrich, du weißt, ich habe eine Kollegin in Köln. Ich wollte von ihr Informationen über Evok. Und was hat sie gefunden? Fragt Ulrich leise. Also, diese Firma Evok hat keinen guten Namen. Die hat selbst Probleme mit ihren Finanzen. Du musst vorsichtig sein. Ich habe das gedacht. Die sind nicht sauber. Aber du brauchst das Geld. Kann ich dir helfen? Ich bin doch ein Detektiv. Wir finden eine Lösung. Markus, danke. Du bist nicht nur ein guter Sportsfreund. Ich habe eine Idee. Ich gehe noch einmal zu Möckeli nach Luzern mit dir zusammen. Aber erst nach unserem Schützenfest. Sie kommen zurück. Mirjam und Dorothee sitzen da und sehen nicht froh aus. Auch nicht Axel Geier. Herr Steinberger, ganz wichtig, mein Chef wollte heute Informationen über unser Projekt. Sie waren doch im Gemeindehaus. Wie ist das Ergebnis? Herr Geier, ich war dort, aber so schnell geht das nicht. Die wollen zuerst die genauen Pläne. Vorher tun sie nichts. Geier springt auf. Aber hier sind doch die Pläne. Von uns. Wie lange sollen wir noch warten? Genau. Ihre Pläne. Und die müssen wir noch einmal genau studieren. Ulrich ist ganz ruhig. Vater, bitte. Wir können doch schon mit den Arbeiten anfangen. Urs ist gerade gekommen. Das ganze Dorf ist dafür. Alle meine Freunde finden das Projekt toll. Kann sein. Morgen ist unser Fest. Dann sprechen wir weiter. Schluss jetzt. Gut Nacht. In der Nacht schleicht ein Mann in das hintere Zimmer und dann wieder hinaus. Jetzt habe ich eine Armbrust. und kann üben, sagt er leise. Kapitel 7 Eine Armbrust fehlt. Die beste, ruft Ulrich. Wer hat die? Er fragt seine Gäste und auch Markus. Geier hat sie gut versteckt und sagt auch nichts. Schade. Ich wollte damit schießen. Urs, Markus, machen wir uns fertig. Um elf beginnt das Schießen, oben auf dem Schießstand. Ich komme auch mit, sagt Miriam. Ich möchte gern zuschauen, ja? Da geht die Tür auf. Zwei Männer kommen herein. Grüezi mitternang. Ulrich begrüßt sie herzlich und stellt sie vor. Das ist Bruno Ekimann und das Rico Ammann, beide aus Selisberg. Miriam sieht Rico an. Rico sieht Miriam an. Ein interessanter Mann, denkt sie und spricht ihn an. Sie kommen aus Selisberg? Wo ist denn das? Dort, auf der anderen Seite vom Urnersee. Es ist schön dort. Außerdem ist da die Rütli Wiese. Interessant. Sie will diesen Rico kennenlernen. Ulrich wird unruhig. Schluss jetzt. Wir müssen los. Unterwegs können wir ja weiterreden. Ich bin die Miriam. Geier geht einen anderen Weg. Da war wieder ein Anruf von Michalski. Er gibt ihm nur noch drei Tage Zeit. Dann muss Geier zurückkommen. Mit Vertrag. Er geht zu der Stelle im Wald, wo die Armbrust liegt. Was kann ich jetzt noch tun? Denkt er. Mit dem Steinberger klappt es nicht. Das ist klar. Ohne ihn vielleicht doch. Also muss er weg. Nein, das kann ich nicht machen. Aber welche Möglichkeit habe ich außerdem? Miriam ist keine Hilfe. Mit ihr kann ich nicht reden. Also was kann ich sonst noch tun? Einen Moment fühlt er sich hilflos und schwach. Er ist in einer Sackgasse. Ohne Chance. Aber dann fühlt er sich wieder stark und entscheidet sich. Es gibt keine andere Möglichkeit, keine bessere Lösung. Steinberger muss weg. Weg. Noch heute. Und diese Armbrust wird mir helfen. Zum Schützenfest sind viele gekommen. Schützen, aber auch ihre Familien und Freunde aus dem ganzen Kanton Uri. Alle freuen sich über ein schönes Fest. Das Schießen ist das Wichtigste. Und man schießt mit verschiedenen Waffen. Auch mit der Armbrust. Hinter Büschen versteckt sitzt Geier und wartet. Er hat ein bisschen Angst. Werde ich treffen? Aber ich habe zwei Pfeile, wie damals Wilhelm Tell. Da sieht er Ulrich Steinberger. Der steht in der Mitte und freut sich. Wieder hat er das Schießen mit der Armbrust gewonnen. Er ist Schützenkönig. Geier wartet nicht mehr. Er legt einen Pfeil ein, zielt und... trifft nicht. Ein Schuss ins Leere. Ulrich hat etwas gehört und schaut. Aber da schießt Geier wieder. Und trifft. Ulrich fällt sofort um. Alle schreien auf. Ulrich, was ist passiert? Mein Gott, du blutest ja! Dorothee und Urs sind sofort bei ihm. Er hatte Glück. Der Pfeil steckt nur im Bein. Aber es ist gefährlich. Denn er verliert viel Blut. Schnell! Er braucht einen Notarzt! Jemand ruft das Kantonsspital, das Krankenhaus in Luzern an. Ich muss das Blut stoppen! Rico leistet erste Hilfe. Geier läuft sofort weg und versteckt sich. Jetzt hat er noch größere Angst. Hinter ihm hört er... Wer war das? Wer hat auf Ulrich geschossen? Sucht ihn! Der Heli mit dem Notarzt kommt schnell und fliegt Ulrich nach Luzern. Sie haben Glück gehabt, sagt der Arzt zu Ulrich. Ja, ja, schießen ist gefährlich. Kapitel 8 Im Kantonsspital in Luzern. Am Bett von Ulrich stehen seine Besucher. Urs, Dorothee, Markus, Mirjam und neben ihr Rico. Ulrich bekommt Blumen. Willkommen im Leben, sagt seine Frau und küsst ihn. Wie geht es dir? Hast du Schmerzen? Ein wenig, aber das geht vorbei. Die Ärzte machen ihre Arbeit gut, aber... Sag mal, wer war dieser Verrückte? War das vielleicht ein Unfall? Nein, Vater, wir glauben, jemand wollte dich verletzen oder vielleicht... Töten! Urs ist sehr böse. Markus, du bist doch Detektiv, kannst du nicht... Urs, warte mal. Vielleicht kriege ich ihn schon morgen. Ich habe schon einen Plan. Da kommt der Arzt. Eine Bitte. Herr Steinberger braucht jetzt seine Ruhe. Morgen können sie ja wiederkommen. Da hätte ich auch eine Bitte. Ich bin Detektiv und suche den Täter. Haben Sie noch den Pfeil aus seinem Bein? Kann ich den haben? Fragt Markus. Er bekommt ihn. Und das ist sehr wichtig. Mirjam, eine Idee. Ich fahre jetzt zurück nach Selisberg. Ich möchte dich einladen und dir alles zeigen. Kommst du mit? Fragt Rico sehr nett. Ich wollte etwas von Luzern sehen, aber ich komme gern mit, antwortet Mirjam schnell. Was machst du dort in Selisberg? Fragt sie. Unsere Familie hat Kühe und eine Käserei. Sie kommen in Selisberg an und er zeigt Mirjam den Betrieb. Das sieht aber gut aus, sagt sie sofort. Probier mal unseren Käse. Hier, bitte. Hm, der ist aber gut. Und sie probiert weiter. Komm, ich zeige dir unsere Angestellten. Das dort sind unsere Kühe und jeder hat einen Namen. Diese heißt Trixi, die dort Rigi und die da heißt Palma. Das ist wirklich ein großer, schöner Betrieb. Kostet der nicht viel Geld? Wie macht ihr das? Fragt Mirjam direkt. Auch der Betrieb ist ihr sympathisch. Wir verdienen gut, wir haben genug, antwortet er. Du weißt, der Steinberger vom Montana hat große Geldprobleme und muss sich etwas leihen von der Firma Evok in Düsseldorf, erklärt Mirjam. Das ist nicht gut, sagt er sofort. Entschuldigung, du bist von dieser Firma, aber ich sage dir, fremdes Geld bringt kein Glück. Du hast recht. Glück ist etwas anderes. Und sie küssen sich. Im Gasthof Montana sitzen Dorothee und Urs allein am Tisch und sagen wenig. Was machen wir jetzt? Vater ist im Krankenhaus und wir müssen bis morgen entscheiden. Wollen wir die Hilfe von den Düsseldorfern oder nicht? Morgen fährt der Geier ab. Dann ist vielleicht alles verloren. Dorothee weiß keine Lösung. Plötzlich ist Geier da, mit einem Papier. Ich verstehe, sie wollen und können jetzt keinen Vertrag abschließen, aber ich habe hier einen Vorvertrag. Für Evok heißt das. Sie sind interessiert und die Arbeiten können beginnen. Aber der richtige Vertrag kommt dann später, erklärt Geier. Gut, aber nicht heute. Kommen Sie morgen Vormittag wieder, sagt Dorothee. Sie ist vorsichtig. Markus wartet im dunklen Lokal. Alle Gäste vom Montana sind weg. Es ist zwei Uhr nachts. Da kommt eine Person herein und geht in das Zimmer hinten, in der Hand eine Armbrust. Markus will aufstehen. Da ist diese Person wieder weg. Kapitel 9 Am Morgen steht Geier früh auf. Er bringt seinen Koffer und seine Papiere ins Auto. In sein Cabrio. Er ist sicher. Nach dem Frühstück bekommt er die Unterschriften unter den Vorvertrag. Aber der ist natürlich ein richtiger Vertrag. Er ist zufrieden. Er bekommt das Frühstück und den Kaffee von Frau Steinberger. Können wir dann den Vorvertrag unterschreiben? Fragt Geier nervös. Ja, aber ich muss noch in die Küche. Bitte etwas später. Warum ist das denn so eilig? Denkt sie. Und Geier wartet. Er zählt die Minuten. Draußen hört er einen Wagen. Die Tür geht auf. Und da steht Ulrich Steinberger. Grüezi miteinander, ruft er. Das ist nicht gut, denkt Geier. Ja, mein lieber Mann, du bist wieder bei uns. Wie gut, setz dich. Aber wie bist du zu uns gekommen? Riko und Miriam haben mich abgeholt. Da sind sie. Danke, ihr beiden. Dann sagt sie leise. Ulrich, da liegt ein Papier von Herrn Geier. Das ist nur ein Vorvertrag, nichts Gefährliches. Sie müssen nur unterschreiben. Ich muss nämlich weg, zurück nach Düsseldorf, sagt Geier schnell. Wir müssen gar nichts, sagt Ulrich ganz hart. Wir werden auf keinen Fall unterschreiben. Und unser Projekt, die Renovierung, fragt Urs. Da haben wir seit heute eine bessere Lösung. Geier steht auf. Dann also nicht. Miriam, wir fahren. Hol deine Sachen. Ich fahre nicht mit. Ich bleibe hier. Ab sofort arbeite ich für Rico. Miriam sieht glücklich aus. Und was machst du dort? Käse? Interessanter Job. Nein. Marketing. Aber das ist nicht deine Sache. Grüße bitte Michalski. Er bekommt noch eine Kündigung von mir. Plötzlich steht Markus da. Liebe Freunde, ich glaube, ich habe den Täter. Das ist aber gut. Wunderbar. Super. Rufen alle. Nur nicht Geier. Der wird ganz blass vor Schreck. Und da ist der Pfeil aus dem Bein von Ulrich. Ich war gerade hinten. Ulrich, deine Armbrust ist wieder da. Und der Pfeil passt genau. In diesem Moment rast Geier hinaus, springt in sein Auto und fährt weg. Ihr seht, er war es. Ich rufe die Polizei an. Er kommt nicht weit. Markus war nicht so sicher. Aber es hat geklappt. Die Ruhe im Haus ist jetzt wieder zurück. Da kommt aber die wichtige Frage von Urs an seinen Vater. Welche Lösung habt ihr denn? Am besten soll das Rico erklären. Dein Vater, Miriam und ich haben lange über euer Problem gesprochen. Ihr könnt nicht renovieren, weil euch das Geld fehlt. Mein Vater sagt immer, fremdes Geld bringt Unglück. Er macht eine Pause und sagt dann, also unsere Familie kann euch das nötige Geld leihen. Viel ist es nicht, aber ich glaube, es ist genug. Was sagt ihr? Dorothee läuft zu ihm, umarmt ihn und muss weinen. Ulrich ruft, fremde Räuber in Uri. Nie mehr. Axel Geier fährt schnell. Zu schnell. Er kann nicht mehr normal denken. Das war es also. Ein Schuss ins Leere. Vor ihm ist eine Kurve. Er sieht sie zu spät. Das Auto fliegt geradeaus. Weit ins Wasser. Hier ist der Vierwaldstätter See am tiefsten. Ende Das Auto fliegt geradeaus. Untertitelung.